hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar wie ich ein ja dieser hintergrund die die macht den banner jetzt weil heute ganz viele kommen in die spieler öffnen sich nicht eigentlich schon gerne machen kommt hier über playstor auch dann wieder ein hintergrund wie ihr dann auch rollt also ja hier sind noch viele spiele vielleicht habt ihr ein bild ich kann verschiedene noten wie das aussehen soll ja ich würde aus dem film das in falken auswählen wie mein voll ist das wort geht auf das haken da oben rechts so und dann über eine flasche unten was haben will gaming und mehr weiter nicht so gelten bringen auch zu teuer ist wie das zum beispiel ich würde ich nicht empfehlen das ganze ganz so groß zu machen das dann auf diesem fall weil wir ich habe einen moment das hat gespeichert dann gehen wir lichter höher dann gehen wir zurück gehen wir auf play chrome öffnen er den sturm zurück muss man nicht unbedingt auf und tv da einstellung das bild aus auf und hier ist der guck ist schon zu groß verdammt neues machen dieses kanal wird werden das bild ist schön safe mal schauen ob das auch gut aussieht Naja, wir wechseln, ähm, einen Moment, wir wechseln jetzt mal auf dem PC, also im Glas und wir sehen, wie das da aussieht. Einen Moment.